Kennt ihr alle? Hey, wie geht denn das? Wasch mich, mach mich nicht nass. Ich will doch was ändern. Aber muss das jetzt schon sein? Denn ich hab doch noch so viel Zeit. Ich hab doch noch so viel Zeit. Ich hab doch noch so viel Zeit. Mich jetzt schon festlegen. Oh nein. Du bist unterwegs mit einem sehr charmanten Mann, der gefächt ist. Und du möchtest durch das Meer, doch du sagst, danke, weil der Ball sehen, wo der Wind im Ziel weht. Denn man weiß ja nie, ob an der nächste Decke ein noch tollerer steht. Er dreht sich um und geht. Und bald weiß jeder in der Stadt, dass deine beste Freunde sich entschieden und in sich genommen hatten. Wenn Frauen sich entscheiden müssen, ist ihnen das zu viel. Doch ohne den allerersten Schritt gelangt man niemals an ein Ziel. Hey, wie geht denn das? Wasch mich, mach mich nicht nass. Ich will doch was ändern. Aber muss das jetzt schon sein? Denn ich hab doch noch so viel Zeit. Ich hab doch noch so viel Zeit. Ich hab doch noch so viel Zeit. Und wenn ich mich jetzt schon festlegen kann. Oh nein. Ich hab doch noch so viel Zeit. Ich hab doch noch so viel Zeit. Oder ich hab doch noch so viel Zeit. Doch ohne den allerersten Schuh, den lacht man niemals an ein Ziel. Hey, ich bin glatt, ich wach mich mal, ich will noch was enden, aber muss das jetzt schon sein. Denn ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit. Ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit. Oh nein. Ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit. Ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit. Ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit, ich hab doch noch so viel Zeit. Wir werden jetzt mit dem Polar-Polar rein.